Und das ist auch einmal funktioniert ins Team zu Joinen Luftkistenboot fahren Aber das ist jetzt eine ganz normale Eroberung Ja Das ist jetzt die mit dem Flugzeug mit dem abgestürzen? Ich sitze bei dir hinten drauf Und du hast dann schon festgefahren, hast du gut gemacht Nee doch nicht so wie jemand anderes Jetzt Hallo, beweg dich doch, geht doch Oh, hier gibt's wieder Jets, ey So, Koma Wir hängen Ich merk's Die Palmen, direkt vor uns Ich seh nichts, ich seh nichts Ich muss raus, muss raus, muss raus Ich bin auch raus Boah, trifft, trifft, trifft doch Lebst du noch? Nee, nicht mehr, wir haben uns gegenseitig getötet, wie immer Ich bin in der Mitte in so einem Schützengraben drin Mh, ich trau nochmal bei dir Auf dir runter Kommen gleich welche Aufm Dach Hinter euch, hinter euch Der kommt gleich runter Der ist unten in den Schützengraben jetzt Ja, genau der Ich hab auch keine Energie, das ist Ja, bleib mal hier, ihr Leben, Leben, Leben liegt da Jo Alter, da... Reicht, 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 reicht Ja, überall dort Gehe nur einmal hoch und Krieg sofort auf die Fressen Sterb auch bald nur Hier ist das Medi-Kid Ah, 10 Leben, was ist denn los? Oh, von wo denn? Ich kann mal eine Waffe gleich umbauen Oh, ich nehme, glaube ich, auch wieder einen anderen Da unten Schütze Da ist dein Medi-Kid Sind das eigentlich alles nur so Insel-Maps? Ja, ja Navy, hallo In the Navy Lalalalala In the Navy So ein können, dass sie sich auch Wenn wir zum Beispiel auch eine antarktische Map bauen können Da musst du auch Eis schollen und so mit Schnee Ah, mein Gott Wenn du kein Wasser darfst, für das du nicht zerfrierst Dann müssen die sich ja was einfallen lassen Na? Kannst du nicht raten, Hennel Ich bin nur gerade enttäuscht Gerade sagt Hendrik noch ein Kopf in Ace Und jetzt wundert er sich, dass sie nichts Neues gemacht haben Ah, Fartag ausgeschaltet Ich bin so nett Na, ich hoffe ja immer noch das Beste Äh, klar Ich werd rausgeschossen Die Sohne mag mich nicht Ich hab ein 0-0, aber wenn Kills muss ich oben bleiben, klar Ah Ah Oh, wie viele, wie viele, wie viele Wie viele Neiii Ach Voll was Horror Sporn bei mir, ich bin grad noch in Sicherheit Ne, jetzt Pionier wieder So Ne, er hat auch Pionier ist das nicht Oh, ich sporn und geschlagen Renat, nein Oh, Sniper hat er es auf mich abgesehen Duda, Duda Da liegt einer von uns herum Ja, ich dreh mich auch hier wieder nur im Kreis Und wenn ich die Werbs nicht kenne, das ist richtig Jetzt nicht Wir gehen in den Schützengraben Alter, und jetzt häng ich hier so Pist Da drüben Rein, voraus Bunker Bunker da drüben Ich hab ihn nur nicht mehr klecken können Boah Ui, ui, ui Ui Die dumme Brücke ist halb im Arsch Hey, noch Hilfe Sie decken sich gegenseitig Oh, dein Bunker sind echt viele Wir haben grad wieder voll in der Heimatzug aufgerufen Hochleben Markus, räum doch schön auf Boah, im Bunker hocken sie äh im Graben, im Schützengraben Hier hab ich mein Oh, V Gut, V ist normalerweise Schuss umstellen Wenn ich mich jetzt hinlege, macht er beides gleichzeitig Das ist auch super gut Nein! Wo denn? Stirb doch! Sechs lebende Nein! Boah, ich glaub ich hab ja ein ganzes Regiment auf mir gehabt, ey Tastenbelegung Schuss umstellen Wo ist denn das? Zu Fuß bestimmt Bauchlage Feuermodus wechseln C Einstellung speichern Ja Über dir! Über die! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Aaaaah Ne, diese Schützengaben ist echt jedes Moment tot Die nehmen uns das glaub ich gerade weg Doch nicht Was denn? Ey, das sah grad beim Einlocken so aus Doch, sie nehmen's weg! E geht weg! E, wo ist E? Aaaaah E, da! Da wo ich grad gestorben bin Oh, ich bin kein Scotty der Mann Ja, das bin ich Befehle! Befehle! Was soll ich tun? Ich hab D einnehmen Aber es folgt ja keiner Ja, mündlich gesagt, aber nicht markiert Ach, loge Nein! Da kommen noch welche Komm, ey Also irgendwas kann doch hier nicht stimmen Wieso? Wieso? Die drehen sich ab Ich spawne und die drehen sich in dem Moment rum Und schießen auf mich Als ob mich schon einer gefleckt hätte Cool Fall Ey, du, wenn du schießt und kein Schalldämfer hast Ich hab Schalldämfer drauf Wo sollen wir jetzt hin, Leute? Zur D würd ich gehen, Mann Ich bin direkt neben D Ja, D ist markiert Oh, D ist da hinten Ach, C, C unter uns Piste Oh, der C, C wird gerade richtig krass Attack Ah, lol, weißt du? Da liegt einer, ey Ja, unter dem Wellblech, ey Ja Du siehst den noch nicht einmal Einsatzt den Alpha ist jetzt unter unserer Kontrolle Scheiße Scheiße Was sind wir? Was sind wir? Da ist Reh, da ist C, C ist da hinten Das ist unser aktuelles Einsatzes Ziel Seh nichts Scheiß drauf Oben Der Klipper Rein Der Sonne, ey Der Sonne, ey Die schmeißen hier Sensoren runter, Achtung Oh, der ist die nächste Höhle Ach, verdammt Was ist der? Was ist der? Nein, Sniper Nein, Sniper Ach Was ist der für'n Scheiß? Ja, ist klar, wo kommen die her? Ich treff kein Fatz, ey Ja, ne, ist klar, ey Ausdruck, ey Aua, aua, aua Nein! Wo denn? Das war'n Fehler, ich hätt' sie umschießen sollen Ach, so behindert, ey Dann hab' ich das Messer-Phantom Ich hab' das Messer-Phantom gemessert Sehr geil Cool So, ich bin auf'n Weg zu C Äh, mach mich auch wieder auf dem Weg Pass auf, links, links, linke Flanke Es gibt's doch nicht, ey Ich greff' kein Fatz Äh Unmöglich, ey Jaaaa Aua Aua Da ist einer im, na Mehr oder weniger am kaputten Haus Wo wir die ganze gesponsert sind Und übernehmen das gerade Ist klar Ich guck' kein Dunst, was das für'n Punkt ist Ist klar Ey, so'n Arschloch Pappt C4 ans Boot Hübsch raus und drückt ab Ach komm, ey Ich hab' schon wieder keinen Bock mehr Ich weiß nicht was mit den Waffen momentan Du bist ja sehr Treff mit keiner Waffe was Ruhiger Maus nach unten ziehen und schießen Ja, ich hitte ja schon an, aber ich töte irgendwie nicht Ja, gedrückt halten und Maus nach unten ordentlich ziehen Ich hab' grad' die AE, äh, AEK Also nach C ist gerade richtig gefährlich, da kommt uns richtig viel entgegen Die AEK hat aber uns so derben Der hat'n Die AEK verzieht richtig krass, deswegen spiel' ich sie auch ungern Also wenn du die nie wirklich close-raced spiel' in der Metro spiel'st Ist die eigentlich ziemlich unbrauchbar Ja Jaaaa Im Battlefield 4 find' ich die AEK einfach zu krass Halt hinter euch 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 Und dann noch einer hol' aber Kacke Wurst Ach Neu Ach, die kommen berghoch Wieso geh' ich ja wieder zu D, D ist doch voll kacke Die genauso kacke ist, ne? Ich hab' den feindlichen Soldaten gesehen Das war schlecht Ich hab' den Bord bei mir, ich bin unterhalb von E äh, von C Ja, ich auch Wir haben D wieder verteidigt Das ist auch mega offen hier, find' ich überall Ey, kannst du doch mal über die Mauer springen? Ach, tschau. Ich glaube, wenn man sich an die Maps gewöhnt hat, sind die Maps eigentlich ganz cool. Oben. Ganz oben drauf, seine. Ich brauche Sanität. Da ist mehr als einer oben. Nein, der ist aber in der Kraft vorbei. Nein! Ja, ey. Das möchte ich sehen, ey. Wieso wird die eigentlich schon wieder übernommen? Liegt bestimmt wieder einer auf dem Haus da oben. Im Haus da liegen niemals irgendwo. Nee, nee, nee. Hier hinten ist einer umgefallen. Der ist im Haus drin. Irgendwo hier außerhalb vom Haus oder im Haus nach oben sein? Ich seh ihn nicht. Geh mal hoch. Oben ist frei. Keine Ahnung. Kein Bock, in seine Camperposition reinzurufen. Falscher. Ach, da sind wir uns zwei Leute da hinten. Oh, hier ist ein Lubschrauber. Yeah, Luftkissenboot fahren. Oh, da sind so viele gegnerische Fahrzeuge. Oh, toll, jetzt fährt jemand vor mir. Oh, da will ich nicht. Ja, lol, das genau. Hinter uns! Helikopter, fucking Ja, wow An der Kiste? Oh Gott Ich fahre jetzt einfach zu G rüber Willst du mitfahren? Ja Und los Versuch mal, ob ich ein bisschen was markieren kann Da ist einer vor uns auf der Brücke Nicht steigen wir dabei am besten hier schon aus Oh, der kommt uns doch gleich wieder entgegen Einen hab ich Umkreist uns auch ein Boot oder so Scheiße, den erwisch ich nie Fuck Da ist einer am Rand Zur Brücke Hat nicht sollen sein Bomb bei mir ist, bomb bei mir ist, bomb bei mir Mach ich gleich, mach ich gleich, mach ich gleich Da Da Ich werde beschossen Der hockt da nur mit seinem Kopf und nach mir zu Er brennt, er brennt, er brennt Rechts von uns Rechts, 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 rechts Im Container Hinter uns, hinter uns, hinter dir, hinter dir Zwischen den Containern War schon tot Was ist er? Ja, aber bist du Solarfisch Er kommt, er kommt zu dir Achtung hinter dir D, wo ist D, ich seh D nicht D, da ist D Da sind die anderen noch Test Ich hab Lichtkontakt zu nem feindlichen LG-Schitz, Südlich deiner aktuellen Position In Level 50 Geht's Zeit? Ok Da wollt ihr gerade einer C schnappen von oben Hier sind noch einige oben Alter, wieso geht da nichts rein? Zwischen den Containern Ja, ich hab beide gemessert. Und von hinten. Ich hab beide gemessert, wie geil. Nice. Zwischen den Containern. Da kommen ganz viele von außen zwischen den, ähm... Ja, Containerhäusern oder immer. Ei, ei, ei. Ach ja. Da haben sie mich gerade. Boah, da kommen drei Stück. Ja, ich bin aber gerade unterwegs da hin. Boah, da sind echt viele. Ich hab nen feindlichen MG-Schützen... Au, au! Boah, die schießen auf mich. Boah. Ui. Ach komm, wo denn? Jaa, das ist nice. Ah lol, da hinten. Bleib mir nicht böse, aber ich werd mal wieder snapper. Mach nur. Bleib mir nicht böse. Böse. Er hat, er hat böse gesorgt. Hihihi. Hihihi. Boys. Da kommt ein ganzer Drop an, ey. Kameran nach oben! Das Gewerb. Das zieht so hart auf Entfernung. Ahhhh. Ahhhh. Herrmann, Einsatzstil Foxtrotk wurde neutralisiert. Boah, ich liebe die Pumpgun. Ich will mal Snipern. Ich liebe die Pumpgun. Ja, ich wollte auf die Position gehen und musste wechseln. Oh, da kann wird einer. Ja. Mit der Pumpgun aufzubauen. Ja, meine zweite kleine Pump, die Short, die hat mir das Leben gerettet. Ich keinen gut zu fix, ey. Nein! Kam er halt noch weiter hinten rum, Mr. Sniper. Ach. Probier's auch mal. Wurde von dem anderen Sniper entdeckt. Nichts ... Jetzt klappt der Sniper nicht so gut. Oh, ne, mir überrennt mich einer. Wo ist er denn? Oben! Auf dem Ding, auf dem Bunker! Ja, er hat mich. Putzefix! Da ist unten an der Fahne, ist einer. Ach komm ey, zweimal Oberkörpertreffer unerlebt nur, das kann ja wohl nicht sein. Ratzen ihn nur wieder an ey. Wird eh von uns übernommen, oder von denen? Ne, von uns. E-Stim. Ne, auf Entfernung tue ich mich grad auch schwer. Ja, ich mein, ich hab die Autosniper, ich mein, zumindest mal anhitten wäre mal schön. Kommt ganz, ganz viel grad durchs Wasser. Jo, ich seh's auf der Karte unten, genau da. Ach du scheiße, Hilfe. Mir hat nichts getroffen. Ich mag den Schalldämpfer auch nicht da drauf. Tach, drei Meter Pumpgun-Wecke hernommen. Man. Man. Ich habe den Schausch ausbezüglich deiner Position geflichtet. Ey, mittlerweile ist es irgendwie zu offen. Ständig kriege ich auf den Sack. Oh, komm ey. Ne, von hinten. Fuck. Einfach zieh. Einfach ist verloren. Warte, Markus, von hinten. Haben sie gerade gerusht. Ja. Ach, Manu. Immer du mit deinem von hinten und dann werde ich von hinten gemessert, wenn ich mich rumdrehe. Ich glaube, ich höre auf dich nicht mehr. Das ist echt so. Jedes Mal sagt er von hinten, ich drehe mich rum und dann werde ich von hinten gemessert. Ja, aber irgendwann weißt du dann, von wo es kam. Das ist das falsche Hinten. Ja, das falsche Hinten. Weil ich auch weiß, wo dein Hinten ist. Ich meinte ja nicht hinter dir, sondern hinten von D. Wo ist Hinten? Wie würdest du denn vielleicht auch spezifizieren? Das wäre, wie gut. Hinten von D ist alles, was nicht direkt am Mittelpunkt von der Fahne ist, ne? Ja. Wo müssten wir denn jetzt hingucken eigentlich? Wir haben die Kom... Wir haben die Insel. Hm. Alter, was... Es wäre nur noch G da. Hier ist deine erste Hilfe. Hey, aufpassen! Wer gibt's eine Granate? Komm schon wieder von D von hinten. Von F kommen sie auf D. D wird eigentlich... Ah, fuck, Hermes. Wir nehmen D ein. Oh ja. Eigentlich ist das scheiße immer nur die große Insel. Die Kleinen sind 4 und die große Insel sind 3 Punkte. Die Mitte ist deutlich schwerer zu halten. Äh, dann ständig dieser Gammelsniper. Ja. Yes. Wir töten uns gegenseitig. Oh. Da wird nicht gepennt. Da ist noch einer. Da bin ich. Pisst der sich gleich, ja? Loll, ich bin auf einer einsamen Insel gestrandet. Und dann steht hinter mir eine. Da kommen sie mit dem Fallschirm runter. Bei C. Vorsicht, Vorsicht, im Schubi. Loll, wo ging der denn hin? Bitte. Oh Gott, wir haben einen Heli über uns. Da wird bestimmt gleich Leute droppen. Hälter, 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 Heli, kommt da in Sicht. 6 Heli, verzieh dich. Da ist er noch. Wo? Wo? Ja, er läuft gerade nach oben. Die wurde vom Heli gelegt, ey. Kann ja wohl nicht sein, ey. Wie gut die schießen können, ey. Na, komm, ey. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen Boot. Nördlich von dir. Pssst. Fick dich doch, ey. Ach, komm, ey. Ja, da kommt der Heli. Marco, stell deine Abwehrdinger wieder hin. Ja, klar. Ich schmeiß mal in Sunny-Kisten nach. Ey, wo denn? Wir haben gleich gewonnen. Oben auf dem Berg sind wieder welche abgesprungen. An allen. 1-8-4-Trot in Trenoren. Da ist fahrlicher Helikotter. Südlich von dir. Die seh ich nicht. Hier leben, ey. Oh, nein. Fischlich, deine Stammung ist ein Zeugliches. Super. twelve-Senator. Fuck, hier ist der gerade runter. Ich treff nicht. Ach, jetzt kommt der Heli. Au. Ah, klasse, ey. Dum 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 dum. das erste mal war die map ganz okay ja aber die ist extrem offen wenn man jetzt weiß wo die gegner kommen ist es auch deutlich angenehmer das erste mal war die map ganz okay